Herzlich Willkommen zurück zu Overcooked. Oh ne, zwar auch gerade auf Toilette. Ach nein, jetzt habe ich einen falschen. Ich nehme mal den hier. Oh, scheiße, was hast du denn da? Oh, mein Runifahrer. Super. Ja. Ich gebe dir erstmal die Sachen rüber. Ich gebe das erstmal ab und dann... Was braucht man denn, Hauptsalat? Achso, scheiße. Ja, aber das ist das Fleisch, wenn das das Wichtigste gewesen wäre. Ja, das wäre das Wichtigste gewesen. Mach das mal als erstes am besten. Nein! Ach, ist... Ey, die Steuerung ist auch so dreckig, ehrlich, weißt du? Warum kann man den Mist denn auch da reinwerfen? Das ist doch bescheuert. Ich wollte die auf den Teller tun hier und nicht da rein, ey. Ne, was machst du? Was denn? Nein, gib mir das wieder. Ach, Mann! Wieso nimmt der das wieder? Der nimmt das immer doppelt alles hier. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist immer noch das Problem mit den... mit der Steuerung gerade. Ne, das musst du bei dir lassen, ne? Ja. Fleisch ist gleich fertig. Ja, aber du hättest mir ja schon ein anderes Fleisch geben können, weil das ist unproduktiv. Ja, aber du bist da oben am Rum-Eiern, da kann ich hier... Ne, ne. Ne, ne. Ich geb dir schon mal zwei erst mal. Kannst du bei dem einen gleich mal hantieren? Was brauchst du denn Burger? Ah, ne, du brauchst erstmal nur das Fleisch, aber naja, gut, okay. Vorsicht damit. Ja, komm. Gehen wir da hin? Kann ich dir jetzt den Rest mal geben, oder? Hm. Den Teller hättest du mir auch geben können. Den brauche ich ja. Nö, den brauche ich auch. Ja. Du hast einen dreckigen. Ich habe gar keinen. Warte, warte. Ja, mach mal. Mach mal. Fettiges Fleisch? Fettiges oder Fertiges? Fertiges. Fertiges. Hier kommen zwei Sachen zu dir? Warte. Du hattest schon mal Fleisch machen in der Zeit? Ja, hab ich schon. Wenn ich jetzt endlich mal was gebe mir. Gib mir die anderen Sachen auch mal rüber. Ja, ich muss jetzt. Wenn du wieder da oben rum hererst. Mach schon. Ja, aber wenn du da oben rum machst, ich muss das Fleisch ja nicht verbraten lassen. Ja, weil das so schnell verbrät ist doch nicht. Ja, du. Das Dingelt dann gleich. Ich brauche noch die Tomaten schnell. Die Tomaten sind wichtig. Ihr Tomaten. Das ist wichtig. Ja, aber so muss ich nur einmal dann laufen. Ja, du hättest auch mehrere. Wenn du dann die Sachen wenigstens schon mal nehmen würdest. Ja, ich nehm's doch. Wichtig ist nur, dass du jetzt das Fleisch noch annimmst. Ja, mach. Und mir das andere gibst, dass ich das schon mal braten kann. Dann kann ich nicht. Weil ich kann, ich hab kein Teller mehr. Ja, ich hab auch kein Teller mehr. Ach so. Ich brauch einen dreckigen, aber warte mal, du kriegst erst mal einen Säuber von mir. Warte. Äh, der dreckige ist gar nicht hier. Warte, warte, warte. Ja, den hab ich ja noch nicht drauf getan. Schon wieder rum. Hallo, du sollst spülen. Immer diese Rollifahrer, ne? Aber wir haben nichts abgezogen bekommen. Immerhin. Ja, gut, jetzt konntest du auch wenigstens was gucken, ne? Was sehen. Ja, komm, wir machen jetzt einfach mal. Was ist denn das hier? Zwiebelkammer 2? Oh Gott. Ich alle böses. Ach nee. Hä? Hervorragend. Ihr habt es geschafft. Wir schreiben jetzt das Jahr 1999. Ich habe euren Fortschritt sehr interessiert verfolgt. Ihr habt die Gefahren der inneren Stadt gut überstanden. Ihr müsst euch jetzt aber in wesentlich gefährlichere Gefilde begeben. Das Frostreich erwartet euch, wenn ihr bereit seid. Zieht euch warm an, meine Freunde, und vergisst nicht zusammenzuarbeiten. Viel Glück. Tschüss. Das Frostreich, das erinnert mich an Tee so. Komm ich doch nur wieder da rein, und wie sollte ich den jetzt drücken? Ach so, ich hätte rüberfahren können. Nein, da unten. Wofür sind? Ja, da oben. Mit einem Wasser. Ich dachte, das ist das Frostreich. Nein, ich wollte den nicht mehr. Du hast bestätigt. Bratfisch mit Pommes. Ja, ich weiß. Also, Pommes bearbeiten, frittieren, Fisch bearbeiten, frittieren. Und frittieren. Okay, wir haben nur Fritteusen da. Okay. Oh mein Gott. Oh Gott, wir haben nur so... Ah! Wo ist denn das Zeug? Bei dir? Oh! Au! Ich bin... Scheiße! Ich bin weg! Sag doch, dass ich da runterfallen kann! Oh! Das... Vor allen Dingen schlittert das irgendwie... Oh! Oh, das ist voll schlittrig hier! Oh! Scheiße! Da muss man echt aufpassen! Oh! Ich bleibe hier stehen, ey! Das ist mir hier zu wackelig! Pass auf! Nein! Hallo! Jetzt habe ich das zusammen gemacht! War das richtig? Ah, was macht der denn hier? Ja, warum gibst du die nicht ab? Achso! Kann ich nicht... Boah! Ist das... Sag mal... So, jetzt soll ich nur Fisch machen, ne? Nicht, dass das richtig sehe, wo aus der Scheiße! Hallo! Nimmst du den Dings nicht! Achso! Es ist nur Fisch! Oh, scheiße! Ja, ja! Den Fisch habe ich! Und nur Kartoffeln geht auch! Ach, nein! Ach, warum werfe ich den weg? Ja, ich kann nicht mehr hauen! Das nur Kartoffeln, das ist fertig! Oh, ich habe keinen Teller! Warte noch! Oh, komm! Nimm! Da ist noch Fisch! Du hast viel mehr Fritteusen! Da, die müssen mit mir... Ja, ich habe viel mehr Fritteusen! Ja, toll! Das... Oh, ey! Das... Das ist doch scheiße! Ich kann mich gar nicht richtig bewegen hier! Komm! Komm! Fisch! Oh! Oh! Ich weiß! Ich weiß! Einmal Pommes! Oh! Ich bin weg! Scheiße! Mit dem Teller! Oh! 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 Toll! Toll! Was ist mit dem Teller, der jetzt gerade noch hier war? Ja, der ist weg! Ja, geil! Da ist der wieder! Nein! Hau mal die Kartoffel raus! Schnell! Die ist kaputt! Uh! Nein! Nein! Na geil! Oh! Wieso nimmt der das so spät erst an? Da bin ich wieder... Oh! Ich bin wieder reingefahren! Ich habe gar nicht gesehen, dass der oben stand! Hier brennen alle! Oh! Hallo! Geht es doch! Ich hau ab! Ich bin weg! Hallo! Nicht da hinten ran! Das ist mein fettiger Fisch! Mann, ich wollte doch nur... Du hast mir gesagt, ich soll deinen Scheiß hier wegmachen! Weil du das nicht auf die Reihe bekommen hast! Wieso nimmt der das hier nicht, Mann? Ich bringe mal das mit dem Fisch nochmal weg! Ja! Der steht immer noch hier! Und der Teller ist jetzt auch irgendwie weg! Keine Ahnung warum! Ich habe Teller gemacht! Ja, dann komm! Bring den schnell rüber! Hol den und dann weg damit! Wo ist er denn? Ja! Oder dann hast du! Ja, aber wir brauchen noch Pommes! Nein! Gib den! Hä? Wo ist denn der hin? Ja, den habe ich doch schon gemacht, Mann! Den brauchen noch Pommes! Ja, super! Ich habe extra den einzelnen Fisch gemacht! Den habe ich die ganze Zeit da stehen gehabt! Weil du den nicht genommen hast! Mann, was macht der mit diesem Korb? Nein! Nein! Ich will keinen Fisch! Ich will... Nein! Ja, super! Wo ist die Pommes denn jetzt hin? Ey, du kannst das Ding aber auch nicht bewegen! Das schaffen wir nicht mehr! Ich habe aber auch keinen Teller und nichts! Ey, das ist so eine beschissene Steuerung mit diesen glatten, ne? Boah! Das habe ich richtig angekotzt! Also es war viel schlimmer, als wenn die Dinger irgendwie auseinanderbrechen oder sowas! Fand ich! Die auseinanderbrechen! Ja, wenn das in der Mitte hoch geht oder sowas! Das fand ich noch gar nicht so schlimm! Oder die Autos, die auseinander gehen! Aber das fand ich jetzt echt viel schlimmer mit diesem Eis hier! Trotzdem habe ich zwei Sterne gekriegt! Ja, also schlecht waren wir nicht, aber ich finde es trotzdem schlimm! Bitte nicht noch mal so eine Scheiße, dass man da so ausrutscht! Oh, jetzt habe ich wieder den! Bestätigst immer! Nach mir doch mal, dass ich den nicht mehr nehmen will! Was ist das denn jetzt? Das ist mal der Champignons! So, ich kann ja hier gar nicht, ich kann doch was kaufen! Ich warte hier, wenn du das gehst! Ja, da kannst du mir die mal hinstellen! Ach so, ja, das kann ich mal! Hier! Nein, kochst doch zu mir! Was denn? Ich will noch kochen! Ach, was macht die denn? Mann, die soll das da ablegen! Uh! Nein! Das ist bei dir! Pass auf! Scheiße! Hallo! Ach so, das ist ja Ding! Fertig! Warte, warte! Hier ist noch ein halbfertiger Kochtopf! Ja, den will ich nicht! Ja, der ist aber sonst verbrannt! Was ist das? Das war jetzt, glaube ich, zu viel! Oh, komm! Nee, ich kann's nicht nehmen! Ey, komm, ich... Ich hab keinen Bock mehr, ey! Mann, ey! Was soll ich denn... Das muss ich jetzt machen! Ich brauch einmal... Gib mir einmal Champignons, bitte! Schnell! Du hast die doch hier vorne, die! Mann! Fertige! Die hab ich ja nicht! Jetzt bin ich neu am holen, weil du die haben willst! Nee, ich will die nicht haben! Du hast gerade gesagt, gib mir Champignons! Ja, fertige! Jetzt macht sie den Topf da wieder! Nein! Was macht die denn? Du willst ja keine Champignons! Was willst du denn jetzt von mir? Ich will nix! Na, ich weiß! Komm, komm! Äh, wo müssen wir die abgeben? Da! Ich kann's nicht abgeben! Tomaten! Tomaten! Nein! Jetzt geht doch nicht... Mann! Ey! Boah, ich krieg hier die Krise! Nein! Was macht die denn? Die soll es da reinwerfen, verdammt! Nein! Ich will den Teller! Oh! So, pass auf! Zwiebeln sind als nächstes! Zwiebeln hast du schon! Wir brauchen mehr Zwiebeln! Teller brauche ich! Wo sind Teller? Da oben! Ja, die hast du! Oh! Der nimmt den! Der nimmt den! Oh! Warte mal, jetzt hab ich hier Teller! Ja, die müssten wir vorher daran arbeiten! Da drauf stellen! Das Problem ist, was brauchen wir jetzt noch Zwiebeln? Tomaten brauchen wir, aber die sind länger hin! Nein! Die müssen wir immer... Oh! Scheiße! Boah! Ich kann hier nicht abstimmen! Ich hab dir aber die Teller schon mal dahingestellt! Ja, aber ich muss ja was... Nee, was brauchen wir denn? Tomaten, ne? Nein! Du brauchst immer noch die... Achso! Ich... Ja! Die Zwiebeln für mich, ja! Da kommst du unten nicht ran, oder? Hier! Okay, oder so! Aber ich hab keinen Teller! Jetzt hab ich... So, warte mal, Zwiebeln! Zack! Nein! Was macht die denn? Die soll die da rein tun! Hallo! Wieso will die die Zwiebeln nicht abgeben? Weil du das nicht kannst! Gib mir den Teller! Gib mir rüber! Ach ne, geht ja nicht! Da muss ich hier runterkommen! Achso! Weil ich nicht da durchkomme! Du hättest es auf die Dinger legen können, aber jetzt zu spät! Nein! Ach, jetzt ist das in der Mitte! Jetzt kannst du es abgeben! Ja, aber wir müssen... Wir müssen eigentlich was anderes machen! Ahaha! Ich bin hier gerade etwas überfordert! Na, wir hätten immerhin eins mehr gehabt, beziehungsweise eins weniger... Wir haben gar keinen bekommen, Malo! Aber waren wir so gut! Wir waren schlecht! Wir waren nicht gut! Also, ja gut! Wenn wir uns die drei nicht abgezogen hätten... Dann, äh... Hätten wir... Wären wir durchgekommen! Okay, dann hätten wir auch nur einen Stern gehabt, aber... Achso! So, pass auf! Ich setze jetzt erstmal da einen Teller rein, damit du auch was hast auf der Seite! Was brauchen wir denn? Ja, toll! Schön, dass du mir die jetzt mal kippst! Nein! Nimm da die Falschen im Ei! Boah, geht mir das nicht! Nein! Das geht zu dir! Mann! Blöd Ding! Ja, da! Nimm die! Oh, die sind schon da drauf! Die sollten da gar nicht drauf! Kann ich hier da reinmachen? Scheiße! Kann ich hier da reinmachen? Kann ich nicht! Ja, ich weiß! Was hast du hier jetzt gemacht? Ich habe da reingemacht! Was ist das mit den Dingern hier machen? Die können wir wegschneiden! Ja, ich kann die ja nicht benutzen! Ich kann die entsorgen! Die sind Schrott! Och man, Leute! Warum immer dann, wenn ich da durch will! Hier! Hier! Als ob sie darauf warten! Hallo! Warum macht ihr Champi und wir brauchen noch einmal... Weil ich nichts anderes habe! Ja, ich kann sie nicht jinkt stellen! So, jetzt! Ah, die brauchen wir! Einmal! Ja! Aber ich habe ja nichts bekommen! Och! Achso! Teller habe ich hier! Nein! Den behalte ich! Nein! Boah! Willst du mich verarschen! Ich komme nicht an den Feuerlöcher dran! Verdammte Hacke! Nein! Das ist kein Feuerlöcher! Was macht der denn? Deiner! 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 Pass auf! Mach erst mal bei dir! Mach erst mal bei dir! In Statt, dass der das Ding absetzt, geht der direkt schon mal mit Feuerlöcher dran! Oh fuck! Okay! Nach dem Motto schaffe ich es sowieso nicht, ja? Genau! Also das ist ja erst nicht die Schalte! Äh, das brauche ich nicht! Champignons! Wir sind jetzt so schlecht gerade! Also... Vor allem kann ich die irgendwie nochmal... Kann ich die wieder... Champignons, Schatz! Ich brauche einmal... Nein! Die sind bei dir! Die sind bei dir! Ja, tu das Ding mal weg! Ich kann die nicht wegziehen! Ja, dann kann ich sie dir nicht geben! Dann muss ich das hier auf den Boden stellen! Ja, du brauchst doch die Champignons! Ich meine, er ist kaputt, der Topf! Oder kann ich die nochmal benutzen? Äh... Keine Ahnung... So, die anderen auch rein! Nein, was macht der? Jetzt hat er da Zwiebeln reingemacht! Jetzt hat er da Zwiebeln reingemacht! Kannst du mich verarschen! Was soll der Kack? Das kannst du wegwerfen, Junge! Da! Wir sind so scheiße! Komm, jetzt mach die scheiß Zwiebel, äh... Champignons! Wenn du noch nicht mal weißt, was das ist, weißt du... Nein! Das ist meins! So, das kommt jetzt da rein! Mach mir bitte die Champignons! Aber hier oben hin, hier oben! Ja, ich komme ja nicht mehr da dran! Der hältst du mich hoch! Achso! Ich will die jetzt abgeben hier! Komm, komm, komm! So, was hast du jetzt? Hier liegt doch noch eine! Wieso hast du eine neue geholt? Keine Ahnung! Mach ich schon mal das nächste? So! Nein! Ich kann hier nichts mehr reintun! Ach, Leute! Was kann ich mit dem Topf machen? Kann ich hier nur wegschmeißen oder was? Mann, lauf! Ja, ja, ich hab den bei dem grünen, äh, als der eben das falsche da hatte... Ach stimmt! Das Auskippen! Ach, das ist das Auskippen doch! Oh nein! Nein! Na, meine Tomaten! Wehe! 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 Ich brauche den Teller! Das ist zwar jetzt der andere, aber... Immerhin kriegen wir dafür noch was! Äh, hast du die eine? Ja, die hast du noch! Die sind bei dir! Da komm ich nicht ran! Ein anderes trinken! Was soll die Scheiße! Oh, das wird das Schlechteste ever! Ich würde es noch mal probieren! Komm, einmal will ich auf jeden Fall noch mal! Mit aller guten Linie sind drei! Ey, das lasse ich nicht auf mir sitzen! Und jetzt vollste Konzentration! Hast du den Typ jetzt gewechselt? Der habe ich die ganze Zeit schon gewechselt! Nee, hast du nicht! Ich sollte dir Bescheid geben, hast du gesagt! Ja, aber ich hätte gerade schon einen anderen! So, pass auf! Das erste mache ich! Gib mir das runter! Ich hole 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 mir das runter! Jetzt fügt erst da oben! Ja, das erste muss ich machen, weil ich hier auf der Seite bin! Ja, weil das wird ja eh nicht! Nein, komm schon mal! Ich hole schon mal Champi Jungs! Die brauchen jetzt auch Betten? Wusste ich! Nein! Ich habe den Teller bekommen! Oh, du Wichser! Ich muss das mal kurz ablegen, sonst ist das... Geh weg, 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 weg! Mach das weg! Boah ey! Ist das dein Ernst? Schmeißt du mir das extra dahin, damit das hier verbrennt, oder was? Ja, kannst du mir mal die Studierungen darüber geben, gib mir den her! Geh mir mal nach Hause, ey! Ich brauche einen Teller, gib mir mal einen Teller rüber! Ich brauche Champi Jungs! Ich brauche Champi Jungs! Ein Teller! Einen Teller! Champi Jungs brauche ich keinen Teller! Achso, du hast die Champi Jungs! Dann brauche ich Tomaten, Mann! Vereinig dich doch mal! Ich habe eine Sache abgegeben! Du hast mir keine Tomaten gegeben, ich muss jetzt hier komplett rumlaufen! Da sind noch mal Tomaten! Warte mal, ich habe Teller bei mir, denkt da mit dran! Nein! Nein! Wichser! Hier ist noch ein Teller! Achso, jetzt sind die Teller, aber die! 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 Dann hat er wirklich nichts! Nimm das doch mal an, Mann! Wir brauchen aber einen Teller! Ja, ich krieg schon einen Teller, ist okay! Äh, du brauchst Zwiebeln! Ja, hier, da liegen sie doch! Hallo! Nimm das doch mal! Achso, das brauchst du jetzt? Oh, nee! Ja, da oben geht doch nicht! Zwiebeln. Nein. Mann, ey. Da mach einfach die Zwiebel fertig. Ich tu die rein. Das haben wir eigentlich die ganze Zeit falsch gemacht. Eigentlich weiß ich nicht. Ich brauch einen Teller. Oben, 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 Teller. Oh, schnell. Ich brauch einen Teller. Nein, was macht die? Wieso hat die den Teller jetzt auf den Boden geworfen? Ist die doof, oder was? Gib mir, gib mir, hier. Okay, hab ich nicht gesehen, sorry. Was brauchen wir jetzt? Tomaten. Ich brauch Tomaten. Nee, die sind ja schon fertig. Ja, du musst die auch machen. Ja, wollte ich ja, aber die waren schon fertig. Nein, lass dich jetzt aufliegen. Oh, gib mir die scheiß Tomaten jetzt. So. Tomaten. Machen wir einmal Tomaten, bitte. Ja, warte. Oh nein, lass mich runternehmen. Nein. Oh, die Champignons. Äh, ich brauch einen Teller, Teller, Teller. Wo? Gib mir, gib mir nicht, wo? Das ist eine Scheiße, man, mit diesem hin und her. nein jetzt gibt es die kack war champions bräuch da macht schon wir uns ich brauche die schämteln zwiebeln brauchen wir auch überhaupt nichts irgendwie ich hab aber ein du 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 mann einmal scham bin ich so bitte nein jetzt wird sie doch nicht daneben teller teller ist das eine schade ja aber mittendrin habe ich mir gedacht das problem ist wir müssen es mehr drauf kommt ja gut ich habe es aber auch teilweise habe ich einfach nicht gerafft wir müssen uns mehr darauf konzentrieren wenn das nach links geht und rechts wird was frei dass man das dann direkt dahin stellt und so aber ich bin immer erst nach oben gelaufen den scheiße das ist ja zu muss wieder nach unten laufen was wir ich meine also pass auf noch mal wenn du auf der seite bist wo du hacken kannst dann musst du vorbereitend hacken also das problem ist du darfst dann nicht kochen und so kochen muss der andere das ist das was ich denke immer was ja aber beim ersten mal muss ich schon gucken oder nein du musst hacken du musst haben aber das erste doch gar nichts ein pass auf der auf der einen seite steht der holt dir die sachen ran und du hackst sie nur so und dann kann man gucken wer jetzt kocht aber normalerweise ist es dann erstmal hatten 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 so dann dann geht es weiter weil du darfst aber auch die sachen nicht holen weil du musst dann den bogen laufen das muss der andere ja aber wir müssen auf jeden fall gucken ich sage jetzt mal champignons ich habe einen champignon drin also im topf hätte ich jetzt und du hast zwei gehackt und dann geht das zu mir wieder zurück rüber oder wie auch immer ja dann denkt dann guck ich aber nie warte mal dann geht es zu mir rüber da bist du ja am laufen da musst du von oben das runterholen was das zweite ist ja irgendwie verstanden was ich mal aber das problem ist das hatten hat nicht geklappt wenn du nicht wir müssen aber wenn also wir würden am besten machen wir das so dass wir immer das erste bei mir oft auf der linken seite das zweite aber bei dir das heißt ich laufe nicht nach oben das habe ich öfter gemacht zu dem zweiten topf hin sondern ich lege das dann direkt auf die ablage dass du das in deinem dreck also wir probieren das ist die miseste runde ever ich will das euch ja wohl hol ran was was liebel zwiebel zack hack genau da du hast es nicht du machst es ja rein das ist ja auch scheiße ja aber das soll ich ja dann brauchen wir champions bestimmt ist gewusst nicht nein bleibt hier das darf nicht passieren wieso macht er das da nicht rein champignons aus noch ein jahr nein guck doch die tomaten brauchen wir ja moment ich muss mal kurz abgeben einen teller ich konnte das stellen stellen eine tomate brauche ich noch da ist noch eine ne du brauchst noch ja wenn die ein habe ich hier und champignons brauchen wir aber wollen erst zwiebeln eigentlich scheiße erst zwiebeln nein 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 eine teller aber komm 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 du brauchst jetzt zwiebeln ja ja eine noch eine noch und dann wieder champignons ja und teller habe ich keine sind alle bei dir oben dann hole ich teller erstmal warte mal nein die sind jetzt bei dir holen und teller bitte eben ach so wie teller scheiße ja das ist das darf nämlich eigentlich nicht passieren sowas ja die teller müssten ich kann die dinge ja nicht mit zu mir verarschen komm 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 nein nein den kriege ich jetzt brauche ich einen teller scheiße was brauchen wir denn jetzt teller ja warte warte ich will dir schon mal die tomaten die champignons brauchen ach so scheiße ach man mach das doch mal weg hier ach man wieso schmeißt die das nicht einfach auf den boden ich brauche noch einmal tomaten gehackt von dir musst du machen dann nehme ich die zwiebel ach so gehackt man nehme das scheiß ding doch wieso macht er das immer doppelt und ich brauche bei dir ist irgendwas einen teller warte mal du brauchst noch eine zwiebel hier habe ich dir und danach brauchen wir wieder tomaten oh nein ich habe keinen platz für einen teller äh ja toll da steht die zwiebel hier hier der teller ist irgendwo bei dir gelandet jetzt ja ja aber ich kann nur noch abgibt ich kann die blöde zwiebel nicht aufnehmen gib mir eine zwiebel also was da jetzt mit ist weiß ich nicht der nimmt das im moment irgendwie mal doppelte teller 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 und es kommt zu dir geh hoch schon naja scheiße wo ist mein topf ist weg ich sehe da dann doch wohl ich kann dir nichts machen ja abnehmen abnehmen eine tomate brauche ich noch äh dann champignons ein teller oder ne teller brauchst du nicht ja aber gleich die tomate kommt zu dir auch macht das ding doch mal weg man äh also ich kann diese scheiße wieso krieg ich die jetzt die musst du machen also ich kann die nicht ich brauche einen teller ich brauche einen teller ich meine es nix doch zwei wir haben aber zwei sterne das war jetzt so gut ich glaube wir sollten hier aufhören das haben wir auf jeden fall auf jetzt das level oder generell ne ganz wir haben wir auf jeden Fall